Das ist mir scheißegal, ey. Jetzt geht's los. Mit 2-4-Aller-Werkwart nehme ich den. Er hat vorübergehend 25% Schaden, 50% Lebenentzug und erhöht seine Max-Gesundheit um 33%. Oder ein epischer Burnout, der gegen eine Schadenswaltung sich zurückschleudert. Lars, nimm den Burnout. Alles klar, Burnout. Jetzt haben wir nämlich gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Los geht's. Blading Atkins, Spiel. Okay, es geht noch nicht los. Aber konnte ich nicht auch irgendwie so einen Burnout machen? Mir war so, als ob... Ja, die hol ich ihn. Und wenn du, glaube ich, sprintest und da bei den Gegner triffst. Stimmt, so war das. So, hier. Los, los! Ey, ich hab den Start verpasst! Aber komplett. Oh Gott. Hier sind Gegner. Ja. Ich hab daneben gehauen. Ich glaube, ich hab die Heilung zum Gegner gelegt. Nice, Nico. Whee! Äh, Marcel, lauf. Ja, geht gar nicht. Ah, uff. Ah, uff. Wie, den. Geil. Oh. Sehr sexy. Oh, fuck. Ich lauf. Lauf. Ja, mach ich doch. Lauf. Ich bin der Marsch. Lauf. Geil. Es hat mir ne... Ja, ich bin tot. Ja, lauf. So gut, ja, ihr... Warum hilft mir denn keiner? Ja, weil alle laufen, Nico. Wo ist unser Team eigentlich? Oh. Ich versteck mich gerade. Du bist der Tank. Ich versteck mich trotzdem. Geh da ran jetzt. Halt ihr auf, dass sie das nicht abgeben. Ach, da muss ich. Hier in einen Punkt. In einen Punkt, ich hab schon zwei alleine. Was, wir haben null Punkte, ich hab zwei alleine haben. Hä, ich hab doch zwei Stück. Ja, oh. Dann gib die noch mal ab. Ja, wo denn? Bei A. Ja, aber... Ich darf halt keiner unterbrechen. Oh Gott. Ja, das wird kritisch. Das hör auf abzuhauen. Du bist der einzige von uns, der irgendwas aushält. Ja, weil ich... Die können alles unterbrechen von mir. Hilfe, Hilfe. Ich bin recht tot. Ja, ich auch. Geh die Kleidung. Oh ne, Rakete. Ich bin tot. Nice. Easy. Ich bin tot. oh gott oh gott ich bin so am arsch ja konzentriert euch alle auf die anderen ist in ordnung ich wünschte mir würde mal einer helfen wer ist denn juni ich kenne keinen juni oh gott wieviel punkte haben die? 6, was geht denn noch? wie geil das werde ich nur warten sollen nö mit deiner candle ähm ich könnte hier Hilfe geboren ja ich auch bin nämlich tot oh gott ja oh das gibt's doch nicht schön wir sind zu c glaube ich da ist ja nix komische fähigkeiten aber ähm jo hey wo ist die nicht getrunken naa naa oh jetzt wird die geheilt ärgerlich oh man schön mit der ulti eingekehlt und dann kommt einer von der seite angebot kommt collection face complete tsch tsch wo sind denn da le ich afek oh da die sind noch alle bei tsch das finde ich aber ganz man konnte sie beschäftigen ich weiß dort haben sie noch ein bisschen ganz verrückte sachen ging ab geil 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 nur minuten zehn minuten das ist halt auch sehr eindeutig das menschen ja ja das war's okay tschüss